Wir wollen heute Abend den Bruder Senat mal ein wenig unter die Lupe nehmen, würde ich sagen. Einige von euch haben wahrscheinlich seinen Werdegang in den letzten Jahren beobachtet. Vor allem in den letzten Wochen wird der Bruder Senat auf einige Schiiten, sage ich mal, sehr gut zugestoßen sein. Einige haben ihn sehr im Herzen geschlossen, wir natürlich von Albert Thul genauso. Also ja, dementsprechend hat es uns natürlich gefreut, als wir gesehen haben, wie er unter den Heuchlern da draußen, sage ich mal, Albert Thul beschützt, den Rücken nicht kehrt. Und ich sage mal so, seine Loyalität, was Menschlichkeit und Nächstenähe und Brüderlichkeit betrifft, wirklich bewahrt hat. Und in gleichem Atemzug haben wir aber auch, denke ich, der ein oder andere Videos von ihm gesehen, so ein Tag, zwei Tage danach, in der er um 180 Grad meines Erachtens, was seine Einstellung bezüglich den Bruder Hamza betrifft, verändert hat vor der Kamera. Also er hatte einige Tage zuvor so gesprochen, danach auf einmal anders. Ich persönlich empfand das sehr, sehr traurig. Es hat mich wirklich persönlich traurig gemacht, weil ich persönlich von Senat sehr, sehr, sehr viel halte. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass er den wahren Weg des Islams für sich kennenlernt, für sich findet. Und vor allem wünsche ich mir, dass der Bruder Senat nicht zu den Personen gehört, welche ihre Religion danach aussuchen, wo die Mehrheit ist, wo seine Freunde sind, wo seine Bekannte sind, wo es Ruhm gibt, wo es eventuell Zeit gibt, vor allem Geld. Ja, gerade in der heutigen TikTok-Zeitalter, ich und der Bruder Hamza mussten selber davon auch ein bisschen an Erfahrung gewinnen, dass es schon einem sehr, sehr schnell packen kann. Wenn ich da einfach im TikTok live gehe, ich drücke einfach nur auf live und ich habe genügend Follower, manchmal kann man sich einfach auch schlafen legen, dann hat man Geld verdient. Und vor allem ist es ja bei TikTok so, dass die TikToker alle irgendwie so nach oben schauen, diejenigen, die wirklich sehr, sehr viele Umsätze generieren. Jeder versucht, irgendwo viele Follower zu haben und vor allem auch jeder versucht, seine Follower nicht zu verlieren. Ich finde das gut, wenn man versucht, seine Follower nicht zu verlieren. Ich finde es auch gut, wenn man bestrebt ist, Follower zu gewinnen. Was aber sehr gefährlich wird, liebe Geschwister, ist, wenn man, koste es, was es will, versucht, seine Follower nicht zu verlieren. Das heißt, wenn man, dass es einem irgendwann mal darum geht, seine eigenen Prinzipien zu brechen, und einfach, sage ich mal, seine Anhänger weiterhin zu bewahren. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit. Da kommt das Ego im Spiel. Der Teufel ist da sehr, sehr, sehr stark verwurzelt. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass all das beim Bruder Senat nicht zutrifft. Ich persönlich, ich persönlich liebe ihn wie ein Bruder und ich würde für ihn auch das Genasegebet beten. Gott bewahre, solltest du früher von uns gehen und wir noch am Leben sein. Und ich sehe auch den Bruder Senat als Muslim. Wir sind, alhamdulillah, auf dem geraden Weg. Wa alaikum salam, Fr. Abbas. Wir sind, alhamdulillah, auf dem geraden Weg, Weg der Salat al-Mustaqim, der zu Allah subhanahu wa ta'ala ohne Probleme führt. Und Senat weiß mit Sicherheit, dass das der gerade Weg ist. Was ihn daran hindert, hier diesen Weg einzuschlagen, weiß nur der Schöpfer. Aber, also ich habe genug Menschenkenntnis, um zu sehen, dass er von dem, was er behauptet zu glauben, nicht überzeugt ist. Nichtsdestotrotz, wir müssen die Hoffnung gar nicht aufgeben. Also manch einige haben uns gesagt, dass das nicht interessant ist, dass wir über Senat reden. Nein, jeder Mensch ist interessant. Es ist ein Fehler, zu sagen, dass der eine oder der andere nicht interessant ist. Dann müssen wir immer wieder und immer und immer wieder an der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, denken. Wo er zu Imam Ali, a.s.w. sagt, O Ali, möge Allah durch dich einen Mann recht leiden, wäre es für dich besser, als worauf die Sonne scheint. Denn es gibt nichts Besseres, nicht besser, als wenn jemand durch dich recht geleitet wird. Das ist eine Tür zum Paradies. Denn vor allem, wenn jemand wie Senat ist, der seinen Mund nicht zumacht. Also der die Wahrheit sagt. Ein tapferer Mann, der auch treu ist. Man muss wirklich sagen und mehr oder weniger ehrlich, sage ich. Er ist ehrlich. Er sagt ins Gesicht, wenn ihm irgendwas nicht passt. Dann sagt er, das passt mir nicht. Ich glaube nicht dran. Er nimmt das einfach ab. Egal, wer vor ihm steht. Egal, wer was sagt. Also ich sage nur, nur mein Rat an ihn, dass er die Religion im Vordergrund setzt. Und alles andere sind Verführungen des Teufels. Alhamdulillah, uns hat das Geld niemals verführt. Nie im Leben verführt. Und wer wirklich auf diesem Weg arbeitet, weiß, mit welcher Firma man handelt. Mit welchen Arbeitsgebern man zu tun hat. Oder Auftragsgebern, besser gesagt, man zu tun hat. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Tejara, ein Business, was nie aufhört. Ein Business, was nie Konkurs geht. Und endet am Ende mit einer sehr großen Ernte. Nämlich die Ewigkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat. Und dass noch was schöner ist als die Ewigkeit. Was schöner ist als Paradies. Sind die Paradiesbewohner. Der Erste Lini Mohammed und Ali Mohammed. Sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen wünsche ich natürlich mir, dass all die Menschen, die ich gerne, die ich liebe auf dieser Erde, natürlich wünsche ich allen Menschen, dass sie ins Paradies kommen. Aber vor allem Leute, die ich liebe, wie Bruder Omid, wie Seyid Abbas, wie Deniz, wie Mustaba, wie Hassuna, natürlich wie Amir und wie Bruder Senat. Also ganz ehrlich, ich liebe ihn nicht weniger als die anderen Geschwister. Wir unterscheiden uns natürlich in der Arida. Das hat er auch gesagt, dass wir uns in der Arida unterscheiden. Und aber er hat was noch gesagt, nämlich was man besprechen muss. Also dass er mich nicht für Allah liebt. Wobei ich ihn für Allah liebe. Ich liebe ihn, also ich kenne ihn Senat nicht persönlich. Ich habe ihn nie in meinem Leben gesehen. Wir waren nie irgendwo Billiardspielen oder Fußball oder irgendwelche Sport oder so getrieben miteinander gar nicht. Also wir haben, ich kenne ihn einfach so, auf diesem Weg. Also auf dem Weg hier des Islams. Und wie ihr auch alle ihn so kennengelernt habt, habe ich ihn auch so kennengelernt. So, deswegen ich sage, ich liebe ihn für Allah, in der ersten Linie für Allah. Und deswegen lade ich ihn zum geraden Weg ein, zu Salat al-Mustaqim ein. Er sagt, weil ich nicht hier mit ihm in der Arida, weil ich mich dort nicht befinde, dann liebt er mich nicht für Allah, sondern ich bin nur sein Bruder, weil wir beide Kinder von Adam sind. Das heißt, wie Christen und Juden bin ich auch. Das ist natürlich ein großer Fehler. Den muss er korrigieren. Nicht meinetwegen, seinetwegen. Weil das schadet mich nicht, wenn jemand mich nicht liebt oder mich mit den Christen und Juden vergleicht. Alhamdulillah, ich bin derjenige, der diese Menschen auf dem Weg auch einlädt. Also Juden, Christen und andere Andersgläubige. Und auch Atheisten hat man schon gesehen, dass bei uns hier Atheisten auch gerne auftauchen. Und die werden auch zu diesem Weg eingeladen. Aber nicht das so. Trotzdem, wir wissen, der Prophet, der Prophet, hat niemand von seiner Umma ausgeschlossen. Deswegen nannte er sie meine Umma. Sadaftarik Ummati. Meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Also 73 Gruppen sind Muslime. Die Umma des Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam. Und deswegen wäre das ein Fehler, zu sagen, dass die Schiiten im Rawa gehören nicht zu der Umma. Nein, wir gehören Alhamdulillah zu der Umma. Vielmehr sind wir, sind wir Stamm dieser Umma. Und wir sind keine Gruppe. Das ist ein Fehler, zu sagen, das ist eine islamische Gruppe. Nein, wir sind Alhamdulillah die Umma für sich. Und die anderen sind von uns, haben sich von uns getrennt. Sie haben sich von uns fern gehalten. Das fing mit Ali Aleyhis Salam an. Und wir kennen die Geschichte. Ali Aleyhis Salam ist Maßstab. Ali Aleyhis Salam sind Maßstab, sind diejenigen, die Allah, der die Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, hinterlassen hat. Und wer sich an denen hält, wie wir letzte Woche mitbekommen haben, bestätigt haben, wer sich an Ali Aleyhis Salam hält, wird nicht in die Ehre gehen. Und somit ist natürlich alles klar und deutlich, dass jeder, der nicht Ali Aleyhis Salam folgt, mit dem Koran natürlich zusammen, entfernt sich von dem Salat Mustaqim. Also er weicht von dem Salat Mustaqim ab. So, das ist Salat Mustaqim. Aber natürlich, solange sie die Schahada aussprechen, sind die Muslime. Das streiten wir ihnen das nicht ab. Aber natürlich, das ist der falsche Islam, sagen wir. Trotzdem sind das unsere Geschwister. Das sind unsere Geschwister, die in die Ehre gegangen sind. Wir sind im Klaren. Wir wissen ganz genau, was wir sagen. Wir spekulieren nicht. Wir sind unsere Geschwister. Mal nennt er mich Bruder, mal nicht Bruder. Mal bin ich Muslim, mal bin ich nicht Muslim. Die wissen das nicht. Deswegen, wer nicht orientiert ist, das soll ein Signal für ihn sein, dass er nicht auf dem geraden Weg ist. Weil er kennt es ja, er hat selber mehr öfters zugegeben, dass er seine eigene Religion nicht kannte. Es gibt Fakten, es gibt Regeln, die er selber nicht kannte, die er von mir gelernt hat. Nicht nur er, sondern auch viele, also von seiner Gleichgesinnten. Nichtsdestotrotz, ich kenne ihre Religion besser als sie. Das hat mich auf gar keinen Fall überzeugt. Diese Religion hat mich gar nicht überzeugt. Da ist wirklich, also wenn man die beiden Wege kennt, richtig kennt, also nicht so oberflächlich, sondern gründlich kennt, dann wird man nie aufhören, Alhamdulillah zu sagen, dass ich ein Schiite bin. Dass ich mich auf diesem Weg befinde. Nichtsdestotrotz, ich sage, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, deswegen, wie ihr seht, ich rede einheitlich. Seitdem wir in der Öffentlichkeit sprechen, habe ich mich Alhamdulillah nicht widersprochen, weil ich davon überzeugt bin, was ich sage. Was ich früher gesagt habe über Aisha, sage ich heute. Was ich früher gesagt habe über Umar, sage ich immer wieder. Also viele denken, Hamza sagt nicht die Wahrheit, er macht Taqiyah. Warum soll ich Taqiyah machen? Von wem soll ich denn Angst haben? Wem soll ich fürchten? Wem? Also derjenige, der wirklich das denkt, er kennt mich nicht. Ich brauche keine Taqiyah. Taqiyah ist nicht nötig. Also für mich ist Taqiyah momentan, also im Moment, in dieser Lage, bis jetzt habe ich keine Taqiyah gebraucht, Alhamdulillah. Brauchen wir nicht. Obwohl das sie zugelassen ist, es ist erlaubt, die Taqiyah zu machen. Aber habe ich das nicht nötig? Ja, er sagt nicht, was in seinen Büchern steht, beziehungsweise Ja, das steht bei denen und deswegen bin ich Muschik. Er warnt das bei uns nach seinem Verständnis. Das sind kleine Kinder, die sich hier in TikTok treffen. Und denken sie, dass sie ja super Leute geworden sind, weil sie ein paar Fans haben. Wir wissen nicht, dass das hier Tänzer mehr Fans bekommen als sie in TikTok. Dass hier Scherzkekse mehr Fans bekommen als sie. Was sind das für Leute? So wie interne als auch externe Leute. Ich kritisiere jeden, der denkt, er ist was geworden dadurch, dass er gefolgt wird von ein paar tausend Leuten, die gezwungenermaßen ihn vielleicht sehen. Denkt er auch, ich habe mich entdeckt heute, ich bin irgendwas Besonderes. Nein, du bist nichts, Habibi. Diese Plattform ist eine Art und Art Geschäft, sozusagen. Der eine folgt dir, damit du ihm folgst. Und wenn du ihm folgst, hat er genug voller Rost, damit er hier, sagen wir, erscheinen kann. Damit er was verkaufen kann. Damit er auch mehr Geschenke bekommt. So was hat uns nie verführt. Alhamdulillah. Und das brauchen wir ja nicht. Wir brauchen nicht auf dem Weg des Islams, das zu machen. Also Geld gibt es überall zu bekommen. Anderweitig. Dafür hat man Arbeit, hat man Job. Alhamdulillah. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist Khayr al-Razirin. Natürlich, das ist erlaubt. Also es ist erlaubt, für einen Turban-Träger zum Beispiel irgendwo eine Ehe zu schließen und dafür Geld zu bekommen. Irgendwo eine Janaza zu verrichten. Für jemanden zu verrichten. Und dafür auch Geld zu bekommen. Er bekommt seinen Lohn. Das ist nicht Haram. Nicht verboten. In der, sagen wir, in der Religion zu arbeiten. Das ist nicht Haram. Aber viele wissen nicht, wer in dieser Dünne seinen Lohn bekommt, bekommt seinen Lohn nachher an. Deswegen muss man sich entscheiden. Und deswegen habe ich mich entschieden, ohne irgendeinen Turban zu tragen. Das ist das Leichtste von der Welt, Turban aufzusetzen und zu predigen. Das hätte ich mit meinem jungen Alter machen können. So habe ich aber nicht gemacht. Das heißt, das ist nicht mein Job, sondern das ist meine Religion und ich handel nicht damit. Alhamdulillah. Wenn wir in TikTok gehen, wir gehen inshallah, damit wir unsere Jugendlichen retten. Mehr nicht. Damit wir uns mit den angeblichen Gelehrten von der anderen Seite zu konfrontieren. Wer was drauf hat, so kommt, diese Herausforderung bleibt bestehen. Und das wird so bestehen bleiben, inshallah, wenn wir dann aktiver in TikTok werden. Oder auch, egal was für eine Plattform von heute aufbauen auftaucht, werden wir dort inshallah sein. Bis Allah, subhanahu wa ta'ala, seine Amanah, also uns, nimmt von dieser Dunia. So wie gesagt, also, Das passt natürlich für das Senat, dieser Vers, Vers 67, also Kapitel 67, Vers 22, das ist Surat al-Mulk. Das ist dann jemand, der auf sein Gesicht gestürzt eingeht, eher rechtgeleitet, oder jemand, der auf recht auf einen geraden Weg eingeht. Das heißt, man sieht schon, dieses Stottern, dieses nicht mehr reden können, das zeigt dir schon, dass du nicht auf dem geraden Weg bist. Und das habe ich einmal gesagt, du bist nicht schwach, sondern du bist stark. Aber die Fahne, die du trägst, das heißt, du versuchst nachzuspauen, ist schwach. Weil dein Weg gehört zu den restlichen Gruppen, also von den 72, gehört zu den verlorenen Gruppen. Alle, die nicht Rawafet sind, alle, die nicht Schiiten sind, weil das ist jetzt modern geworden, über Rawafet zu sprechen. Rawafet, Rawafet, sie wissen nicht, was für ein Lob ist das. Mit Rawafet da bezeichnet zu werden. Wir sind die Leute wirklich mit Stolz, sagen wir, wir sind, Alhamdulillah, Rawafet, wir sind Ablehner. Wir lehnen ab, wir sagen nein zu den Tyrannen, wir laufen nicht mit den Tyrannen. Und er soll für mich bestimmen, welche Religion ich nehme und welche ich lassen soll, so wie bei denen. Wir haben keine Staatsreligion gehabt bis jetzt, Alhamdulillah. Unsere Religion ist Religion des Propheten Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam. Und ist so geblieben und es wird so bleiben, bis die Erscheinung stattfindet, bis der Imam alaihi salam erscheint. Wir befinden uns, Alhamdulillah, sagen wir, auf der Bühne und wir warten auf jeden, der gerne sich unterhalten möchte, also darüber natürlich, über den Islam. Der sich hier, der darüber Bescheid wissen möchte oder uns was anbeten, was bringen, was zeigen, falls er was hat. Aber wie Hayhat, das ist ein Sirat und deswegen, ich habe einmal gesagt, es gibt kein Plural für dieses Wort, Asrita gibt es nicht. Sirat ist Sirat, bleibt Sirat, ein Weg ist das. Sirat al-Mustaqim, das ist auch gar nicht, die Übersetzung ist falsch. Also dieses Wort Sirat gibt es nicht einmal in der arabischen Sprache. Und das ist der Name von dem geraden Weg, der dich zum Paradies führt, Sirat al-Mustaqim. Und wie wir schon gesagt haben, Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, sagte zu Ali alaihi salam, Ya Ali, du bist Sirat al-Mustaqim. Das ist entscheidend. Ali alaihi salam ist entscheidend. Das ist entscheidend.